Ofterdingen liegt in der Mitte des schönen Steinlachtals, an einer der bedeutendsten Verkehrsachsen unseres Landes zwischen Stuttgart und dem Bodensee, an der alten Schweizer Straße. Goethe hat sie schon beschrieben und Novalis hat Ofterdingen ein literarisches Denkmal mit Heinrich von Ofterdingen gesetzt. Die Bürgerinnen und Bürger schätzen ihre Gemeinde, die Dynamik, die Leistungsfähigkeit und der Bund unterstützt sie dabei. Mit einer halben Million Euro in den Ausbau des schnellen Internets, mit der Dorfkernsanierung, der Ortsbücherei, die der Bund unterstützt, aber auch mit der Bundeswaldprämie für nachhaltige Waldbewirtschaftung hier vor Ort. Ofterdingen steht auch vor Herausforderung, gerade wenn es darum geht, jungen Familien gute Lebensbedingungen zu ermöglichen. Deshalb ist der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur so wichtig. Ausreichend bezahlbarer Wohnraum in der weiteren Entwicklung. Aber für die Anbindung in die Region und weit darüber hinaus braucht es jetzt den durchgängig vierspurigen Ausbau der B27. Dafür setze ich mich als Bundestagsabgeordnete seit vielen Jahren ein. Daran will ich weiter arbeiten. Miteinander wegen morgen.